Ja hallo meine Lieben und Willkommen in AK Survived Evil. Ich hab was vor. Ich hab mir was überlegt. Und deswegen bin ich hier nebenher schon wieder am Sammeln, weil ich wollte an sich jetzt noch warten, bis das da unten ist. Aber ich hab mir jetzt noch was überlegt. Und ähm, na? Dann kriege ich es auf 15. Ach du konntest mir doch auch mal. Ich dachte ja, wer weiß. Naja, soviel dann zu dem Thema. Ähm, ja jetzt wie gesagt, dann erstmal ordentlich sammeln. Ich muss mal auch noch was für die Füße machen. Habe ich das denn schon gelernt? Habe ich nämlich, habe ich ja eben gesehen hier. Da ist schon wieder was. Na, oh doof. Ähm, das war nämlich das, was ich noch nicht gelernt hatte. Das muss ich nämlich auch noch lernen. Was für die Füße und was für die Hände. Aber jetzt wollte ich halt erstmal eine Menge Bären sammeln. In der Hoffnung, ich kriege auch ein paar Narko-Berries. Ähm, ein paar viele. Wäre ganz gut. Und dann hole ich mir noch was. Und dann gucken wir mal weiter. Weil haben oder nicht haben. Müssen wir dann nochmal gucken, wie wir es benennen. Das müssen wir mal schauen. So, jetzt geht es aber erstmal halt an die Sammlelei. Das wird auch noch Ah, vielen Narko-Berries kriege ich nicht, ne? Wie viel habe ich denn jetzt? 16. Das ist ja Das ist ja ein Witz. Und es ist auch eindeutig noch nicht hell genug. Wenn mir da gleich ein bisschen sauerer kommt, ist es doof. Weil ich habe jetzt extra mal Fridori und Amelie ein bisschen freigegeben. Wo kriege ich denn jetzt gesichert Narko-Berry her? Ich glaube, das ist random, oder? Denke ich mal. So sicher ist da irgendwie nie irgendwie was. Das ist ein bisschen doof. So, von dem Fiber kann ich dann eine ganze Menge auch einfach mal wegschmeißen. Glaube ich. Das nimmt man jetzt, dadurch, dass man einen Bären halt am Sammeln ist, ohne Ende auf. Also von daher das geringere Problem, würde ich meinen. Aber ich nehme die falschen Bären. Eindeutig. Eieieieiei. Und zieht es natürlich ohne Ende. Ist aber alles nicht das, was ich suche. Kompass habe ich übrigens festgestellt, wenn ihr auf einem Saurier sitzt, dann müsst ihr den Saurier bewegen, damit der Kompass funktioniert. Das nützt leider nichts, wenn ihr euch einfach nur dreht. Dann geht der Kompass nicht mit. Könnte ich jetzt nicht unbedingt so wirklich schön. Aber nur gut. Ist halt so. Ist auch irgendwo lustig. Dass man den Saurier drehen muss. So. Ich glaube, ich probiere das jetzt gleich einfach mal. Hier ist ja so viel Material. Und Bären müsste ich jetzt eigentlich genug haben. Und dann sollte das ganz gut funktionieren. Alter Schwede, ist hier Material. Ist ja richtig nice. Ist ja wie im Schlafenland. nur nicht unbedingt das, was man halt so haben möchte. Denke ich mal. Es ist schade, dass man jetzt gerade in dem Moment, wenn man noch so weit unten im Level ist, nicht so viel tun kann. Ja, ich könnte mir da jetzt ein Riesenhaus aus Setschen bauen, aber wer will das denn? Will doch keiner haben. Ich will doch schöne Teile haben. Will doch mal ein bisschen schön aufbauen. Also so richtige Festungen oder sowas. Das wäre mal fein. Ähm. Ach so. War schon weg. Okay. Aber ich kriege hier nur Blödsinn aufgesammelt. Ja, haben wir mal wieder eine Narko. Und Freiweiß natürlich ohne Ende. Man sieht, man kann hier theoretisch gesehen unheimlich viel machen. Aber irgendwie am Strand ist doch irgendwo jeder, oder? Und deswegen finde ich das jetzt nicht so toll. gerade wo wir jetzt ja auch tatsächlich die Großen dabei haben. Ich meine gut, und gegen den T-Rex muss ich natürlich aufpassen. Da können die auch nichts machen. Muss ich aufpassen, dass ich so einem nicht vor die Flinte laufe. Aber so ein Krokodil, das haben die mal so nebenbei blatt gemacht. Da war ja, hatten sie nicht wirklich viel dran zu tun. Und mit dem Kanor, Kanorsaurier war ja auch nicht so schwierig. Vor allen Dingen, wenn wir da alle zusammenarbeiten, dann geht das natürlich ziemlich gut. Und bei Gelegenheit kommen auf jeden Fall nochmal so zwei von den Tricks dazu. Das glaube ich ist gar nicht mal so übel, weil die haben offensichtlich ganz gut drauf. Wenn man die noch ein bisschen hochlevelt, was halt den Schaden und das Leben betrifft, dann halten die auch entsprechend was aus und teilen auch entsprechend was aus. Und das tun die auch hier unten in dem unteren Level schon. Also in ihren unteren Levels wieder ordentlich austeilen. mal gucken, ich glaube 200 Fiber reichen insgesamt oder 300. Ne, da habe ich ja schon mehr wie 200 drin, stimmt. Hm. Das ist ja irgendwie Blödsinn, was ich da gerade gesagt habe. Ist ja normal. So, Amelie, du kriegst jetzt erstmal ach, da haben wir schon wieder so ein Kram. das Fiber und da haben wir noch 200. Alter Schwede. So, pass mal auf. Ähm, das sind ja 246, 600 Fiber. Wer braucht das denn? Ich mache die nur noch voller, aber dann ist gut. Ach, ich kann mir auch wieder was geben. Ne, das gehört doch zu Amelie, wenn ich nicht irre. dann machen wir ihr doch auch mal was auf Schaden. So. Äh, 37 Narko. Naja, bei einer Menge Bären auf jeden Fall schon mal. Das ist ja so schlecht dann auch nicht. Ähm, ich glaube Pridolin habe ich das hier gegeben. Jo, weil die brauche ich nämlich schon. Was habt ihr denn? ich muss jetzt erstmal suchen. Er ist nämlich jetzt weg. Ist ja doof. Finden wir bestimmt da vorne wieder. Dann gehen wir da vorne nochmal hin, Mädels. Oder wir gehen jetzt einfach da durch. Können wir ja auch machen. da brauche ich jetzt einmal. Ähm, ich müsste Nord-Ost wie Leutin? Ernst habt? Ne. leck mir doch ein Bobbis. Okay. Da ist Norden. Aber wenn da Norden ist, dann muss dort doch Nord-Ost sein. Kann ich keinen Kompass mehr ablesen? Bin ich so gescheuert geworden? Alter Schwede. Wie geht das denn? Guckt mal mit. Scheiß GPS. Ich sag euch. So. Wir gehen jetzt mal einmal. Oh, das wird aber nicht so einfach für euch. Ich glaube wir müssen mal in die Ah, ne, ne, bevor ich das jetzt mache, da ist doch schon wieder so ewig viel verdunstet. Wartet mal , kenners. Fülle ich mir erst mal Wasser vorbereit wieder auf. So. Jetzt geht das nämlich. Wunderbar. Ihr beide seid klar da hinten? Jo, ne? Jo, denke ich. Okay. Die Dodos, die können wir jetzt schön leben lassen. Und da kommen wir nicht lang. Ja, wir müssen da irgendwie durch. Und dann gucken, dass Fridolin und Amelie nicht hängen bleiben. Das ist nämlich jetzt das große Problem. Da sehe ich nämlich schon Probleme auf mich zukommen. So. Ja, dachte ich mir nämlich. Das habe ich mir nämlich gedacht. Ja, ja, jetzt drehen wir den einmal. Okay, dann machen wir euch mal ein bisschen Platz. Setsch können wir sowieso noch brauchen. so. Und den nennen wir euch auch ab. Es ist absolut nicht unwichtig, da ein bisschen Platz zu machen. Deswegen musst du mir jetzt aber nicht hier gleich anscheißen, Kollege. So. Wo hängst du denn fest? Ach, da unten schon. Ah, ganz schwierig. Ganz schwierig. So. Aber jetzt sollte es gehen, nicht wahr, Amelie? Ach, jetzt hängt er dann da fest. Na, auch nicht nett. Ja, ja. Entschuldigung. Ähm. So. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ihr beide rauskommt. Komm. Okay. Amelie kommt schon mal raus. Amelie kommt mal hier hin. Und er kommt auch raus. Super. Ähm. Moment. Genau. So ging das. Dann kommt doch mal mit. Na, geht doch. Ist doch super. Dodo, gehen wir an die Seite. Ach, da ist ja schon wieder zu viel Wasser. Ja, dann war doch meine Ahnung richtig in diese Richtung. Müssen wir nochmal gucken, wie ich da rüberkomme. Weil durch den Wald ist ein bisschen schwierig. Hat man ja eben wieder gesehen. Ähm. Okay. Also entweder ich bin mittlerweile zu blöden gekommen, was abzulesen. Oder ähm. Also der rote Teil der Nadel zeigt immer Richtung Norden. Wo geht davon aus? Demnach wäre ich jetzt Nordosten. So. Dann wäre das nämlich so richtig. Ähm. dann wieder eine Seite. Oh Gott, wie soll ich denn da durchkommen? Ja, mal gucken hier. Und vor allen Dingen, also ich meine, ich ist ja noch die eine Sache. Aber ähm, mein kleines Gefolge hier. Also sind aber beide da. Okay. Da muss ich nämlich jetzt immer drauf achten, dass die schönen hinterher kommen. Beide da, wunderbar. Ähm, ja, in die Richtung weiter. Würde ich meinen. Aber jetzt wird es aber schwierig. Noch ein Level ab, das ist schön. kann ich mich mal direkt setzen und die Punkte die können wir mal später packen. Nein, kann ich mich nicht setzen, weil ich aufgesetzt. Ach du, da komme ich doch nie durch mit den beiden. Nee, mit den beiden komme ich da nicht durch. Da muss ich mir was einfallen lassen. Da brauche ich mehr Platz für die. Ah, na, zwischen den dicken Bäumen das könnte vielleicht klappen. Leicht. So, gucken wir mal. Haut das hin? Bei einem haut das schon mal hin. Hauptsache, ich verfranz mich jetzt hier nicht komplett. Beide da, wunderbar. ähm, das ist jetzt als wenn du jetzt ein LKW über eine enge Straße lenken musst. So fühlt sich das gerade an. So, mal einmal bis hin. Beide noch da. Ah, da ist nämlich schon mal ein Problem. Armini kommt nicht mehr weiter. Ne? Ah, jetzt, jetzt schafft sie es. Okay. Komm. Wunderbar, Mädchen. Hast du doch noch einen Weg gefunden, ne? Ja, das ist fein. Okay. Also, da kommen wir nirgendwo durch. Wir müssen, ja doch, hier könnten mal durchkommen. Wo bin ich denn jetzt? Ach, da oben, sagt er mir. Uhu. Da könnte sein, dass gekämpft werden muss. Das ist aber in der Enge hier gar nicht so schön. Wir brauchen einen anderen Weg. Wir brauchen einen anderen Weg. Hm. So. Ach du Schande. Beide da. Wunderbar. Ähm. Doch, das sollte hindern. Jo. Hier kommen wir durch. Hier haben wir viel Platz, ihr beiden. Na gut, dass euch da nicht so großartig was passiert. Das geht natürlich alleine wesentlich einfacher. aber gut. Ist jetzt halt so. Wunderbar. Hier noch durch. Immer schön breite Wege suchen irgendwie. Alle beide? Na, Fridolin braucht offensichtlich noch. Der hängt fest. Ähm. So. Jetzt gehe ich mal einmal kurz runter. Wo ist denn Fridolin? Wo hängt er denn fest? Ach, Fridolin. Hat dich wieder das kleine Bäumchen aufgehalten? Komm her. So. Jetzt haben wir's. Komm. Ah, ja. Sollte ich dir vielleicht einmal Bescheid geben. So. Komm mit. Okay. Und du bitte auch. Und weiter geht's. Alles klar. Ei, 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 ei. So, wo kommen wir jetzt weiter? Müssen wir mal hier gucken. Ja, ja. Hier einen Weg durchzufinden ist jetzt gar nicht so einfach mit euch beiden. Ah, da sind sie jetzt beide. Wunderbar. Na gut. Da sind sich die Spucker mit einem, äh, Dingens am prügeln. Mhm. Seid ihr da? Wunderbar. Ach ne, die prügeln sich da alle. Oh. Ach, guck an. Gebt Fleisch. Brauchen wir eigentlich gar nicht, Dann sollte ich das jetzt aber mal anders tun. Gehen wir einfach mal weiter. Jo. Was waren das jetzt? komischer Ton hier. So, kommt mal mit, ihr beiden hübschen. Lasst die mal machen, das gehört einfach dazu. Oh. Hm. Wo kommen wir denn jetzt hier runter? Das ist aber schwierig. Da muss ich doch noch mal absitzen. das ist aber wirklich nicht einfach. Da vorne komme ich auch nirgendwo rüber. Runter. Da hättest ja ein Ei gelegt hier. Da sehe ich jetzt auch nirgendwo, wo ich runter könnte. Hm. Aufsitzen. Müssen wir also doch in diese Richtung. Und da mal gucken. das ist alles hier so steil. Da kommen nirgendwo runter. Naja. Das ist jetzt aber doof. Das heißt ich muss wieder zurücklaufen. Oder ich versuche das hier einfach mal. Werkschaft ist ja mein Sau hier. Die sind da ja ein bisschen weniger empfindlich. wie ich selber. So. Mit ihm scheint das ganz gut zu gehen. Finde ich super. Nichts passiert. Wunderbar. So. Wo seid ihr? So. Hat doch funktioniert. Alles gut. Und ja die Richtung stimmt auch. Dann gehen wir da doch mal in diese Richtung weiter. Am besten darauf. Da oben. Da haben wir dann wahrscheinlich wieder eine Übersicht gehe ich mal von aus. Und dann ist alles gut. Hallo. Wir müssen mal ein bisschen schneller machen können. Ich brauche eine Übersicht. Muss ja wissen wo ich bin. Ja meine Lieben das gucke ich mir jetzt gleich auch noch mal ein bisschen genauer an da oben. Aber ihr seht ne die Zeit die ist schon wieder durch. Das heißt ja wenn es euch gefallen hat lasst mir einen Daumen hoch da. Auto teilt auf euren Social Media und ja dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder wenn ihr möchtet. So würde ich das jetzt mal meinen. Der ist jetzt wieder grün da komme ich aber nicht dran oder probieren wir es mal. Das machen wir noch mal . eben ne ne ihr müsst warten wo ist er denn da ist er naja grün oder rot oder irgendwie eine Farbe doch da komme ich ran ja das ist doch super Menge Krams drin perfekt ähm ok da komme ich jetzt nicht mehr weg ne jetzt packe ich hier fest ernsthaft wer will es mir doch nicht erzählen ach mach mal den hier mal weg ach nee ich bin ich bin zu voll das ist das Problem ähm hier weg und das brauchen wir auch nicht und das sowieso nicht und Kämpfer brauchen wir jetzt auch nicht und den brauche ich gar nicht ach so ja und jetzt kann ich mich auch wieder bewegen super was sage ich denn jetzt für ein Kram für euch ihr boy ja meine lieben wie gesagt also wenn es euch gefallen hat daumen hoch teilt es auf uns social media wenn ihr möchtet und dann stören wir uns nämlich in der nächsten folge also bis dahin bye bye